Seit 2015 unterstützt das Teamprogramm der Universität Leipzig Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn auf allen wissenschaftlichen Qualifikationsstufen. Folgende Bausteine zeichnen dabei alle Programmlinien von Team aus. Das T steht für Trainings in Form von Workshops für Führungs- und Wissenschaftskompetenzen oder zur persönlichen Laufbahnplanung. Der zweite Baustein E besteht aus Expertisegesprächen mit Fach- und Führungskräften. Das A steht für die Allianzengesprächsrunden. Hier stellen weibliche Rollenbilder ihren beruflichen Werdegang vor, um auch berufliche Perspektiven außerhalb der Wissenschaft aufzuzeigen. Der letzte Baustein M bietet das Mentoring mit Fach- und Führungskräften innerhalb und außerhalb der Universität Leipzig an. Der Programmname-Team selbst steht dafür, dass die Gruppe aus Frauen aller Fachrichtungen sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam das Programm mitgestalten. Es gibt die studentische und vier Programmlinien für Wissenschaftlerinnen. Bei Wissenschaft findet statt, bekommen Studentinnen die Möglichkeit, Karrieremöglichkeiten in der Leipziger Stadtverwaltung kennenzulernen. Die Teamlinien für Promoventinnen und Postdoktorandinnen bieten Mentoring, Weiterbildungen sowie Austausch mit ExpertInnen und berufserfahrenen WissenschaftlerInnen. Team Basecamp spezialisiert sich auf Promoventinnen und PostdoktorandInnen aus koordinierten DFG-Verbundprojekten, die Impulse und Empowerment in persönlicher und beruflicher Hinsicht bekommen möchten. Und von Team Expats können WissenschaftlerInnen außeruniversitärer Forschungsanrichtungen in Leipzig profitieren. Weitere Informationen zu den Programmlinien sind in der Infobox verlinkt. Briefipschritte www.euntautre-op.de Ravi erosion